Und jetzt sind wir wieder da, wo wir vor drei Videos waren. Oder so. So, war hier eine von euch sehr heiß? Nein. 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 Hm, 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 hm. Soll ich einfach hoch zum Tempel dann gehen? Moment. Mir fällt da grad was ein. Du bist ja nur der Schildertyp. Mir fällt da grad was, äh, recht Dummes ein. Ja. Ja, hm, 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 hm. Ich glaube, ich bin sehr dumm. Äh, wollte ich jetzt nicht machen. Nein, weg. Ich glaube, ich konnte schon die ganze Zeit, war auch keiner, der dem heiß war. Wahrscheinlich woanders hier in so einem Rosier. Ich glaube, ich konnte schon die ganze Zeit zum Herbst, weil mir, ähm, grad wieder einfällt, dass ich da nur rüberspringen muss über den kleinen Lavasee hier. Ja. Och. Ja. Und hier brauche ich die Donnerblume. Stimmt. Ach, ich bin so ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ein so großer Idiot. Idiot. Ich bin der Geist des Herbstes. Es ist nun bei mir. Man sagt, der Herbst wäre düster. Doch nein. Bunte Blätter sammeln sich in Gräben und Pilzen. In Gräben und Pilze sind reif, um gepflückt zu werden. Das heißt, wenn Hyrule von Schatten bedeckt ist, hält der Schein. Bist du dieser Held? Nein, bin ich nicht. Dann gewährle ich dir die Kraft des Herbstes. Wuhuuu. Ähm, ja. Der Start der Jahreszeiten ist komplett. Ja. Das Schicksal dieser Welt liegt und in deinen Händen. Hm, ich hab keine Lust, ich geh nach Hause. Link will auch mal wieder ein bisschen, äh, Dings Wii spielen. Er kann mal wieder ein bisschen Twilight Princess durchspielen. Dann sieht er so, hm, ja. Das hab ich alles geleistet. Geil. So. Nachdem wir noch grad hier in Sobrose sind. Irgendwo, mein ich, gab's hier noch einen Kollegen. Der meinte, äh, mir ist heiß. Äh, die hat mir einen Schauer über den Rücken. Äh, okay. Und ich mein, der Kollege war auch in einem Haus. Also, gucken wir uns mal ein bisschen um. Sollte nicht lange dauern. Da lebt jemand. So, was mit dir. Nein, du nicht. Moment, war ich da hinten schon mal? Hm, nö, da war ich noch gar nicht. Was ist mit euch beiden? Temperatur in der Lava ist gefallen. Aha. Das habt ihr mal eben so bemerkt, oder wie? Ja, okay, aber diese Borosianer können ja auch in Lava baden. Das guckt mich an. Das war wohl der, ich glaub, das war der Achtertempel, oder? Die stand ja hier nett rum. Ne ganze Hülle, nur mit einer Truhe. Finde ich nett. Ups. Das war nicht geplant. Obwohl, ich glaub, da hinten konnte ich noch ein bisschen weiter. Dumm. Genau da. Auch wenn ich wahrscheinlich hier nichts isst. Oder auch eine Schlüsseltür. Ach, die kann ich weiter. Okay. Du, was ist mit dir? Ah, du brauchst ein Kessel, um ein Süppchen zu machen. Okay. Gehen wir nach links. Da brauch ich hier auch wieder. Nur doch nichts. Aha. Ich kann die Erzbocken finden. Nö, kann ich nicht. Du hast mich belogen. Oh, oh, oh. Das ist ein goldenes. Nee, schummel. Je, das war jetzt 100. Haha, ich bin schlau. Nur sagen wir mal den Faktor ringen, um mir das, was ich gerade bekommen, um mir zu verdoppeln. Okay, dann. Ist auch nichts. Sag mal, wo war jetzt der Kollege, der meinte, äh, mir ist heiß. Ja, gib mir einen Schauer. Bah, über den Rücken. Hier. Was ist das Gefühl denn für einer? Schmiede. Ich glaube, hier muss ich später irgendwann mal hin. Jetzt ist es noch unwichtig. Da kann man auch nicht rüber. Och. Wieso erinnere ich mich verdammt nochmal nicht an den Typen, der meint. Ah, mir ist heiß. Mal sehen, hat der Market hier irgendwas Gutes? Hm, ein... Was? Ist das denn eine Superbombe? Äh, ne? Äh, nö. Äh, nö. Mitgliedskarte? Äh, gerne. Cool. Ich glaube, das ist die Mitgliedskarte fürs Dingeln im Horendorf. Hm, nö. Find ich nichts. Gut, dann gehen wir mal kurz zum Horendorf und gucken nach. Jetzt können wir endlich mal unsere Rubinen ausgeben. Ah, wurde ja langsamer Zeit. 888. Hahaha. Das ist eine schöne Anzahl an Rubinen. Und danach geht's auf zum Brüllensee. Endlich mal in den Dungeon rein. Ich lasse euch hier viel zu lange warten. So, lasst mich durch. Ah, ich habe eine Mitgliedskarte. Ja. Ja, ich darf weitergehen. Was haben wir denn hier? Größerer Beutel. Okay, ich hol mir das erstmal. Die Karte. Ich will sehen, was das ist. Schatzkarte. Aha. Okay, ein größerer Beutel, bitte. Huhu. Was? Sogar aufgefüllt direkt. Wie geil. Mal sehen, kommen hier neue Sachen, wenn ich rausgehe. Na komm, wir machen nicht Pleite. Lassen nichts mehr. Ich kann schließen. Ja, 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 ja. So. Jetzt sind wir ein bisschen geldlos geworden. Jetzt können wir wieder Geld sammeln. Ah, jetzt zeigt er mir da an, wo diese restlichen Dinger sind, die ich noch brauche, um in einen Dungeon zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr in welchen, aber in irgendeinen müssen wir nachher rein. Nein, irgendein Dungeon müssen wir, natürlich. Das ist ja auch logisch. Aber jetzt zeigt er mir an, wo die aller anderen Dinger sind. So. Äh, ne, im Moment. Herbst mache ich es da hinten. Ich glaube, sonst komme ich hier nicht so richtig rüber. Wo hinten war eigentlich auch noch ein Baum. Jo. Wir sind liegen. Wir haben die Macht der Jahreszeiten. Frühling. Sommer. Und Herbst. Winter auch, aber ich habe keinen Bock, das alles gleich nochmal zu machen. Also lasse ich es. Oh, stimmt ja, hier habe ich auch was gepflanzt. Ein Ring. Uh. So. Und wir können hier endlich weiter. Yes. Auf in den vierten, äh, nee, in den fünften. Oder? Level 5, genau. Einhornhöhle. Aber. Morgen erst. Speichern. Wir sehen uns am Morgen in der Einhornhöhle. Bis dann. Ciao.